Musik Yo servus, Grim Bastard ist mein Name. Der gute Zerrpunkt Fleisch bringt ein neues Tape raus, und zwar das Black T-Mix Tape. Meine Wenigkeit hat da auch einen Ruck drauf. Also wer auf richtig geilen, harten Rap-Shit steht, sollte sich auch diesen richtig geilen, harten Rap-Shit geben. Kommt sogar als Box raus. Limitiert.